Unsere erste Serie von unseren Bremsscheiben ist da. Design ist cool. 2,5 mm. Dadurch haben wir natürlich eine viel bessere Wärmeableitung und die Bremsperformance ist natürlich auch viel besser. Das gibt uns ein drittes Pitbike mit Supermoto-Kit. Das heißt, wenn man eine Kartbahn hat mit langen Geraden, kann man auch umbauen auf die Supermoto-Felgen und hat natürlich dann auch höhere Geschwindigkeiten. Im Laden haben wir wieder ein paar neue Sachen. Das schwarze Pit kriegt noch schöne Linkage rein. 21 Zoll ist auch auf Lager. Habe ich noch eins da. 19 Zoll ist auch da. 2,5er Breite. Ich werde jetzt dann noch den 90-90 Reifen testen, damit er nicht so wuchtig ist. Und dann ist das eine richtig gute Kombo mit 21 und 19. Ansonsten unsere Hecksachen. Unsere Fast B-Sitzerhöhung. Richtiger ist Design und auch solide. Dämpfer natürlich auch immer ein paar auf Lager. Und dann unsere Bremsscheiben. Und ASI natürlich Controller auch immer ständig da. Wenn mich nicht gerade jemand leer kauft.